So sieht es aus, wenn die Seniorengenossenschaft zum Tanz in den Mai einlädt. Ich würde mal sagen, wisst ihr überhaupt noch, wie die Rakete geht? Es ist wieder Party angesagt bei den Senioren. 150 Senioren feiern. Feiern auch sie mit uns am 3. Mai im Bad Buchau. Tanz in den Mai, 2023 für Seniorenfamilien und Menschen mit Handicap. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Veranstaltung der Seniorengenossenschaft Driedlingen und der, Bürger für Bürger, Bad Buchau. Unterstützt vom Kurzentrum Bad Buchau und dem Tanzduo, die Trolleys. Untertitelung des ZDF, 2020